Wenn wir etwas richtig Schönes für euch und vor allem etwas richtig Feins, weil wenn die Franzosen etwas können, dann sind es Crêpes. Und da haben wir eine schöne Crêperie gefunden, die heisst Chitois, ist ja der Meinrad Lierenstraße 1. Da gibt es das Ganze à discrétion. Crêpes à discrétion für 29 Franken. Der Didier Messier ist Inhober, Kellner und Koch gleichzeitig und der kann über alles, zum Beispiel Crêpes und Galette. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen zwei Sachen? Also der Unterschied zwischen Crêpes und Galette ist einfach, dass Crêpes mit Mehl und Milch und Eier gemacht sind. Die Galette sind mit Bruchweizenmehl und das ist ein laktosfreier Teig und dafür die salzigen Crêpes gedacht. Und alles ist selbst gemacht mit einer ausgemachten Beilage. Also das klingt sehr, sehr fein. Wer Zeit hat, ab um 6 Uhr ist das Lokal bereits offen. Infos gibt es selbstverständlich wie immer auch bei uns online. Klick dich doch mal in, energy.co. 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 Klick dich doch mal in, energy.co.